Was ist das, was die Polizei früher überhaupt nicht leiden konnte? Man merkt das schon, ich frage oft die Zuschauer, ob sie in der jeweiligen Stadt wissen, wo denn die Bewährungshilfe liegt. Weiß keiner. Ich schätze auch hier nicht. Polizei weiß jeder, da sagt sofort jemand, U-Land, Straße oder was der Teufel. Was? Wenn jemand aus dem Gefängnis kommt, dass man dem hilft. Das ist richtig. Wir helfen sogar, wenn jemand noch gar nicht im Gefängnis war, sondern nur eine Strafe auf Bewährung kriegt. Wir vermeiden die Gefängnisse insofern, wenn wir es schaffen. Nicht in jedem Fall, also ich glaube, in dem Fall wäre es sehr schwierig. Das kriegten wir bei keinem Richter durch. Ja, aus den vielen Geschichten, ich mache das jetzt schon seit langer Zeit, also 25 Jahren oder noch länger. Ich habe auch schon mal eine Zeit im Gefängnis gearbeitet. Also von daher kenne ich oft die Täter und die Hintergründe ihrer Taten und was damit alles zusammenhängt. Und daraus sind auch diese Romane bzw. Geschichten entstanden. Also mein erster Roman, Lauter, den ich da auch irgendwo habe. Ja. Das ist, der ist 2006 entstanden, ist also ein Drogenroman eigentlich und den Anfang, den Plot hat mir auch ein Klient erzählt, muss ich sagen. Der kam gerade aus der Entgiftung, aus Dortmund, da ist so ein Hochhaus in der Entgiftung und hat dem beigewohnt, wie sich eine Frau, also eine Patientin aus dem Fenster gestürzt hat und ist dann so Hals über Kopf geflohen und kam zu mir, um mir davon zu berichten, dass er es nicht aushält. Und da habe ich dann diese, eine Liebesgeschichte draus gemacht. Der hat sich dann in die verliebt und hat die auch gefunden, weil die überlebt hat. Naja, das war der erste.